ja da wo wir unterbrochen waren jetzt bei dem schild hinweisplakat plakette ok du hast auch nicht mal ohne scheiß kuh fahr das auto also wir haben die letzte folge damit verbracht dass wir hier dieses bescheuerte auto nicht wegkriegen ich stehe im parkverbot so ein objekt erschaffen und zwar den fahrer chauffeur letztlich jetzt in das auto zu nix zu gebrauchen ich gehe weiter oh mein gott wasser nicht überall rein ich hab da ein bisschen angst komm näher um mich zu starten spiele klassische karnevalsspiele um preise zu gewinnen ok da 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 okay die kirmes ist und wirf etwas um die flaschen umzustoßen aber überquere nicht die barriere okay machen wir doch glatt äh monsterball ein mobiler ball ein fußball okay klicke zweimal auf dein ziel um zu werfen okay machen wir werfen yeah junge yeah okay wirf etwas um die balance platzen zu lassen ohne die barriere zu überqueren okay dann nehmen wir natürlich robin hood held oh spitzensport spitzensport jo man ja okay okay nimm mal doch feile keine feile feiler 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 genau eine säule komplette säule hier hier halt mal ne nimm die ne armbrust ne armbrust ja hier wird etwas um den dunk tank zu treffen aber überquere dabei nicht das gibt es noch was ist ich habe war sagen stelle ich nicht wo hihihihua einfach nur episch das ganze spiel das sind unregelmäßig in reinen sachen so vor das ganze spiel was geht mit ihr interagieren erschaffe einen neuen wohnen für die stadt wir setzen da rein marmor wird so marmor geschrieben ne warte mal genau holzkuh hohlen affen hohler affe bringt nicht immer steine steinernen gorilla ja hallo nein war hier noch irgendwas außer das blöde auto ja ok so geht es auch ich will über das meer reisen gehen wir in das blatt die titanic hier finde ich den mal erst Ein Ruderboot. Bon voyage. Et viola. So, jetzt werden wir hier mal reinnehmen. Die Unterlinie. Machen wir. Willkommen in der Unterlinie. So, wen haben wir denn hier? Ein Automat. Wollte ich nicht. Ich bin so hungrig und dieser Automat ist leer. Gehen wir dir doch mal glatt. Ein Schnitzel. Ja, Mahlzeit. Ich wollte gerade sagen, mehr kriegst du nicht. Also, irgendwann ist es gut. Mit dir. Ich könnte etwas Geld verdienen, wenn ich Fähigkeiten hätte. Okay. Was kann er denn? Tanzen. Tanzende. 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 Rappende. Rauchende. singen. Äh. Weg. Singen. Ja. Ich geb dir einfach Geld, weißt du. Und? Jetzt nicht. Ja, halt du das nicht dran. Äh. Keine Ahnung. Was sind denn noch Talente? Oh Gott, ist das ein Deutsch. Äh. Jubel ne. Okay, das machst du auch nicht. Äh. Was hat denn einer für Talente hier? Äh. Pfff. Was könnte denn Talent sein? Äh. Was? Pfff. 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 Pfff.